Hallo, ich bin der Helge von Flam. Ihr nutzt verschiedene Flugzeuge, sei es im Verein oder verchartert. Ihr benutzt Motorflugzeuge und Segelflugzeuge gemischt und wollt die Sicherheit mitnehmen, dann ist das PowerFlam Flex für euch natürlich das ideale Gerät. Und um euch den Wechsel zwischen den Flugzeugen noch einfacher zu machen, haben wir jetzt eine neue Software rausgebracht, die auch Profile beinhaltet. Und wir haben viele weitere schöne Funktionen für euch, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde. Mit der neuen Softwareversion 1.8.0 für euer PowerFlam Flex kommen viele neue Funktionen und Verbesserungen in euer Gerät. Und das nicht zuletzt, weil wir von euch viel Feedback zu dem Gerät bekommen haben. Allen voran ist jetzt Bluetooth LE freigeschaltet, sodass ihr eure Navigations-Apps jetzt über Bluetooth LE mit dem PowerFlam Flex verbinden könnt und den WiFi-Kanal immer noch frei habt. Weiterhin führen wir jetzt Profile ein, sodass ihr eure verschiedenen Fluggeräte abspeichern könnt und alle Einstellungen der Fluggeräte quasi per Knopfdruck wieder abrufen könnt. Und es kommt eine Auto-Off-Option an Bord, sodass ihr nach der Landung das Gerät nicht mehr ausschalten müsst. Das schaltet sich dann nach einer bestimmten Zeit von selbst ab. Wir haben auch die Menüstruktur komplett überarbeitet. Die ist jetzt intuitiver und übersichtlicher und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt kommen wir zur ersten spannenden neuen Funktion im Flex. Das sind die Profile. Wenn ihr jetzt alle Daten für euer Fluggerät eingegeben habt, also Kennzeichen, Transponder-Typ, die Ikeo-Adresse, was es für ein Flugzeug ist und so weiter, dann könnt ihr das hier jetzt als Profil abspeichern. Hier sind jetzt schon mal drei Profile angegeben und ich könnte das, was ich jetzt eingegeben habe im Powerflam Flex noch als neues Profil abspeichern. Wenn ich das jetzt hier unter dem gegebenen Kennzeichen versuche, dann sagt er mir, dass das bereits existiert. Ich kann es hier überschreiben lassen. Die Einstellungen, die ihr hier machen solltet, die habe ich euch in dem Setup-Video vom Flex ja schon mal erklärt. Wenn ihr jetzt also ein schon abgespeichertes Profil abrufen wollt, dann geht ihr einfach auf das entsprechende Profil und könnt das hier mit Load übertragen und damit braucht ihr keine Einstellungen mehr für das Fluggerät machen. Und das, was ihr in den Profilen abspeichert, das müsst ihr natürlich erstmal bei Settings eingeben. Wie das funktioniert, habe ich euch ja bereits in dem Setup-Video mal erklärt. Nur ganz grundlegend, hier unter Aircraft stellt ihr halt alles ein, was das Flugzeug betrifft. Kennzeichen, Flugzeugtyp, den Transponder-Typ und seine Adresse und den Pilotennamen. Und unter Warnings, das ist ein neuer Menüpunkt, da könnt ihr jetzt einstellen, welche Warnungen ihr wie bekommen wollt auf dem Flexgerät. Das betrifft die ADS-B-Warnungen, die Mode-Sierra-Warnungen, dann, ob die Transponder-Druckhöhe benutzt werden soll und ob ihr Mode-Charlie-Warnungen bekommen wollt. Und hier ist ein neuer Punkt dazu gekommen, nämlich wie stark der Filter für die Mode-Charlie-Signale eingestellt werden soll. Kurze Erklärung, im Mode-Charlie-Signal befindet sich ja keine ICAO-Kennung, keine ICAO-Adresse von den Transpondern. Das heißt, den eigenen Transponder kriegt man nur raus, indem man die Feldstärke ermittelt. Und dazu haben wir einen Filter programmiert. Der kann stärker oder schwächer eingestellt werden. Und wenn der etwas schwächer eingestellt wird, was hier zum Beispiel unter Less Aggressive zu sehen wäre, dann kann das durchaus sein, dass ihr schon mal eine Warnung vor eurem eigenen Transponder im Mode-Charlie bekommen könnt. Ansonsten könnt ihr hier natürlich noch die vertikalen und horizontalen Entfernungen für die Verkehrsdarstellung einstellen, so wie ihr es auch schon von der anderen Software gewohnt wart. Unter dem Punkt Flam sind immer noch die Flam-eigenen Funktionseinstellungen zu finden. Units beinhaltet die Einheiten, die ihr am Flex angezeigt bekommen wollt. Bei Data-Port könnt ihr einstellen, was hinten aus dem RJ45-Port rauskommen soll. Und hier könnt ihr noch einstellen, ob und wann sich die Wireless-Funktionen des Flex abschalten sollen. Hier kommt jetzt der neue Punkt Auto-Shutdown. Den könnt ihr ein- oder ausstellen. Und wenn das Auto-Shutdown aktiv ist, jetzt hier zum Beispiel das Gerät befindet sich gerade im Ground-Modus. Und wenn ich jetzt hier mal das USB-C-Kabel abziehe, was hier hinten dran ist, dann sagt er mir einen Countdown von 60 Sekunden an. Und wenn ich den nicht unterbreche, dann wird sich das Gerät automatisch abschalten. Ich kann den jetzt hier einfach mal unterbrechen und dann läuft das Gerät weiter. Das passiert zum Beispiel nach der Landung. Da habe ich dann einen Countdown von fünf Minuten und dann kriege ich dieses Fenster für 60 Sekunden angezeigt und kann das Abschalten noch verhindern. Ansonsten geht das Gerät aus und entleert nicht die Batterie komplett. So, das waren jetzt alle neue Funktionen und Verbesserungen in unserem Software-Update 180. Die komplette Liste könnt ihr wie immer in unserem Revisionsdokument finden. Und jetzt ist es erstmal wieder Zeit, ein bisschen fliegen zu gehen. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020